Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Pitzwingerlp. Heute spielen wir wieder Fortnite, diesmal aber ohne Skyshadow, also Solo. Dann starten wir mal eine Runde. Übrigens am Sonntag, also für euch gestern wahrscheinlich, kam ja kein Video. Warum das nicht kam, das habe ich euch in dem Video, was für euch heute um 15 Uhr rauskommt. Erklärt, sobald es draußen ist, werde ich es hier auch verlinken. Ja, da habe ich es halt erklärt, warum ich nicht konnte. Aber eigentlich kommen natürlich Sonntagsvideos. Ah, der ballert mich ab. Ah. Gut, ich hoffe, wir überleben länger. Also meist überlebe ich auch länger, Solo. Meist bin ich da so Zehnter oder sowas. Dann würde ich sagen, wir gehen zu Paradis Palms. Also springen wir jetzt ab. Wir gehen gerade nach da. Ich mache mal das Spiel etwas lauter. So ist, glaube ich, ganz gut. Und springen wir auf die Höhe dieses Bergs da und gleiten von da aus zum Hotel. So, der Hängegleiter ist so draußen. Jetzt gleiten wir bis dahin. Gut, dann sind wir da. Ich habe es nicht bis oben geschafft, aber... Oh, da oben hat jemand eine Kiste geöffnet. Okay, dann gehe ich mal runter. Zur nächsten Kiste, damit ich die öffnen kann. Und eine Waffe habe. Na ja, habe ich nicht wirklich. Dann nehme ich die noch mit. So, jetzt habe ich auch eine Waffe. Oh, ist das gelegt. Dann trinke ich eben den Schlürfsaft. So. Und dann gehe ich in dieses Gebäude da. Der ist auch auf der Kiste. Diesmal nicht. Aber Munition und noch eine Munitionskiste. Und dann gucke ich mal. Oder ist, glaube ich, jemand? Oh Gott, der hat einen Ska. Okay. Er hat einen Ska. Okay. Dann gehen wir in die nächste Runde. Wenn ich jetzt überlebe, wird es wahrscheinlich eine etwas längere Folge als sonst. Also, wenn ich jetzt länger überlebe. Aber ist ja auch egal. So, das cutte ich jetzt raus. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Dann springen wir jetzt wieder zu Paradise Palms, würde ich sagen. Diesmal springen wir etwas später raus. So, jetzt. Gut, und dann landen wir wieder in dem Hotel, natürlich. Diesmal kommen wir aber bis ganz oben. Und werden hoffentlich, also wahrscheinlich länger überleben. Sooo schlecht bin ich ja jetzt auch nicht. Gut, dann leiten wir jetzt da hin. Da oben ist leider keine Kiste. Hier ist gar nichts. Das ist doof. Der hat es doch hier hoch geschafft. Ich habe viel länger überlebt. Nein. Okay, dann starten wir jetzt aber eine Runde. Die wird gut. Das weiß ich. Die wird gut. Immer diese Vorführeffekte. Naja, aber wirklich. Das ist wirklich Vorführeffekt. Den habe ich noch gar nicht ausprobiert. Den probiere ich jetzt mit euch aus. Gut, deswegen cutte ich das jetzt auch nicht raus. Weil ich es ja mit euch ausprobieren will. B und dann... Aber wie geht das denn? Achso, da. Ähm. M, R hoch. Hä? Ah, ich verstehe es nicht. Warte. Was muss ich drücken, damit ich das mache? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann es doch nicht ausprobieren. Wie mache ich das? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ich drücken muss dann? Damit ich es wechseln kann? Ich weiß es nämlich nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Oh, ich habe eine Idee. Okay. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber... Ich werde es gleich ausprobieren. Wenn wir... in Paradise sind und alleine sind. Dann probiere ich es aus. Jetzt springen wir natürlich wieder zum Hotel. Diesmal überleben wir aber auch mal. Ich bin halt nicht der beste Spieler. So. Wenn ich jetzt da... Ich nehme mal lieber die Waffe. Und die auch. So. Hier ist keine Waffe. Hier ist noch eine Waffe. Munitionskiste. Jetzt probiere ich das mal aus. Ja, so. Äh, warum ist sie auch da? Das Gentleman. Achso. Ah, nee. Warte, hier? Nee. Nee, ich weiß nicht. Ich dachte mit dem Mausrad, aber da habe ich es nicht gefunden. Ich dachte man... Uh, ein Lenkerkirchenwürfer. Ich dachte man kann dann so und dann hier durchswitchen. Und dann sieht man das hier. Aber nee. Geht anscheinend nicht. Jetzt will ich nicht sterben. Echt nicht. Okay, er hat mich nicht gesehen. Dann gehe ich hier runter. Hole diese Piste. Hat ein Schild. Oh, noch ein Schild. Trinkt das eben. Oh nein, der kommt, der kommt, der kommt. Ich gehe eben nach hier. Wenn der kommt, dann schieße ich den mit der Pump ab. Warte mal eben kurz. Nicht, dass der mich noch klapp macht. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Kann man da durch. Ganz klein, ein bisschen rein. Egal. Ich renne jetzt einfach. Jetzt laufe ich. Damit er mich nicht hört. Macht zu. So. Okay, dann nehme ich das natürlich mit. Gut. Jetzt einmal noch draußen. Hier ist nichts. Demunitionsküste. Gut. Da sehe ich auch keinen. Da aber auch nicht. Ah, da. Okay. Krieg ich nicht. Guck mal, wo dieser eine ist. Der ist hier nicht mehr. Der hat sich anscheinend hier hochgebaut. Und dann ist der weggegangen. Oder gestorben. Keine Ahnung. Jedenfalls ist der hier nicht mehr. Das ist gut. So, dann gehe ich mal weiter runter. Ich sehe noch was. Eine Munition. Das ist auch eine Munition. Hier ist oft eine Munitionsküste. Genau. Da ist auch oft eine. Da ist er jetzt nicht. Gehe ich hier entlang. Oh, ich muss zur Zone. Und die ist weit weg. Ich möchte trotzdem einmal hier rein. Gerne. Nein, die... Das möchte ich nicht nehmen. Ah, hat sich nicht gelohnt hier rein zu gehen. Außer für... Als halt für die Munition. Da fällt es sich schon gelohnt. Und jetzt brauche ich unbedingt einen Riss. Ich hoffe, da ist noch ein Riss. Ja. Das ist sehr gut. Sonst wären wir jetzt sofort tot von der Zone. Beziehungsweise gleich tot von der Zone. Gut. Ich hoffe, mich schießt jetzt keiner ab. Und rein. Und... Engelgleiter. Komm. Gut. Bis wohin müssen wir? Dusty. So mittig von Dusty. Okay. Dann fliege ich mal hier weiter. Jetzt sind wir bei Retail Row. Und da ist auch schon Dusty die Watt. Da könnte ich mir vorstellen, dass einer drin ist. Da gehe ich jetzt nicht hin. Ich gehe hier außen rum. Ich laufe gerne so schräg. Dann ist es schwieriger, ihn zu treffen. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand hier snipen will. Sieht mich. Es ist so schwieriger, mich zu treffen. Gehen wir in das Haus hier. Ist zwar nicht in der Zone, aber die Zone braucht ja noch ein bisschen, bis sie hier ist. Und vielleicht ist ja noch was drin. Ja. Die Kiste ist da noch. 50er Schild brauche ich nicht mehr. So. Dann baue ich das eben ab. Zack. Ab. Ah, hier ist nichts, was ich brauche. Dann bearbeite ich das eben. So. Gehe runter. Hol mir die Munition. Ah, hier ist noch ein Schild dran. Und hier ist wahrscheinlich die Munitionsküste. Nichts genau. Das ist hier nicht. Ah. Schade. Da war jemand auf dem Berg. Da hat jemand einen Riss benutzt. Und noch jemand. So, und jetzt bin ich in der Zone. Jetzt bin ich sicher. Ich bin lieber in Häusern als in eigengebauten Sachen. Aber ich baue mich jetzt hier ein. Das ist etwas höher. So. Dann knie mich nieder. Gucke, ob da jemand ist. Ich sehe keinen. Okay. Ja, den habe ich gehört. Aber ich wusste halt nicht genau, wo der ist. Okay, ich bin tot. Ich war 24. Das war es aber auch jetzt mit dem Video. Also, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und. Warte, bis wir jetzt geladen ist. Komm. Lade. Komm schauen. Mann, das dauert so lange. Ja. Okay, dann höre ich jetzt einfach auf. Also, bis zum nächsten Mal. Und. Ciao.